Kaum eine Anlagemöglichkeit ist so beliebt, bekannt und steht in einem so guten Ruf wie die Immobilien. Das ist auch kein Wunder, selbst von den größten Krisen und Tiefschlägen konnte man sich erholen und hat gute Renditen eingebracht. Zudem für Investoren super interessant, ich vermiete eine Wohnung und jeden Monat überweist mir mein Mieter Geld auf das Konto, quasi wie ein passives Einkommen. Doch der Traum hierbei kann auch schnell platzen. Wenn die Heizung kaputt geht, der Mieter nicht bezahlt oder ich erst gar keinen finde oder ich schlecht refinanzieren muss aufgrund der Zinslage, hat sich das mit dem Geldverdienen schnell erledigt. Reparaturen, Mieterwechsel, Steuererklärung, aber auch das Finden von Objekten ist zudem auch mit starker aktiver Arbeit verbunden. Es gibt das Sprichwort, wer denkt eine Immobilie sei eine autonome Wertanlage, der hat noch nie eine besessen. Was ist aber nun, wenn wir Immobilien mit dem Prinzip und den Vorteilen einer Aktie, also leicht in der Handhabung, täglich verkaufbar und kostengünstig, mit den Vorteilen eines ETFs, also Risikostreuung und passiver Sparplananlage bündeln? Genau das schauen wir uns heute an. Ich zeige euch meine Top-Immobilien-Aktien-ETFs mit hoher und nachhaltiger Mietauszahlung. Der Bereich ist gar nicht so umfassend und nach meinem Video hier sollte fast alles, was man hier wissen kann, verstanden sein. Bleibt also gespannt. Bevor wir loslegen, könnt ihr mir jetzt gerne noch ein Abo und einen Kommentar für den Algorithmus dalassen. Die Glocke anmachen ist ebenfalls super wichtig, so verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Alle diese ETFs hier sind übrigens bei meiner Broker-Empfehlung Scalable Capital besparbar. Und das auch noch komplett kostenlos ohne irgendeinen Cent Gebühren. Schaut dazu gerne mal auf dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Wir starten heute mit der Frage, Mieternahmen von Immobilien durch eine Aktie. Wie soll das überhaupt gehen? Und dann schauen wir uns die sogenannten Real Estate Investment Trusts an und was es sich hierbei handelt. Danach habe ich euch meine Top-Favoriten im Bereich REIT-ETFs mitgebracht. Und zu guter Letzt wie immer bei mir auf dem Kanal hier, neben den positiven Seiten noch alle Nachteile. Starten wir mit dem ersten Punkt. Miete durch Aktien. Wie geht das überhaupt? Nun ja, nehmen wir eine börsengelistete Aktiengesellschaft. Diese hat als Geschäftsmodell den kommerziellen Erwerb und die Vermietung von Wohnungen. Man nimmt also Miete ein, reinvestiert diese in Rücklagen laufende Kosten und Renovierungen. Nach Abzug von diesen Ausgaben bleibt aber immer noch ein Profit über und man kauft weitere Immobilien hinzu. Das kann zum Beispiel in einer anderen Stadt sein oder einfach weitere Objekte in ähnlicher Umgebung. Irgendwann ist man aber so profitabel, dass am Ende wirklich ein Überschuss dasteht. Ähnlich wie beim Gewinn, den eine Coca-Cola-Aktiengesellschaft zum Beispiel macht, kann auch eine Immobilienfirma einen Gewinn machen. Der Vorstand der AG beschließt nun einen Teil dieses Gewinns in Form einer Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Nun erhalten alle, die Anteile in ihren Depots haben, einen kleinen Teil vom Jahresüberschuss, der am Ende ja aus Mieternahmen gewonnen wurde. Das Ganze passiert bei deutschen Unternehmen tendenziell einmal im Jahr, bei US-amerikanischen im Schnitt viermal. Es gibt aber tatsächlich auch monatlich Ausschüttende. Die Pflege ist hier bei Kindern leicht. Ich kaufe einfach eine Aktie in mein Depot, was nicht mehr als ein paar Sekunden dauern sollte. Danach bekomme ich jedes Mal, wenn das Unternehmen eine Dividende ausschüttet, einen Geldeingang. That's it. Noch spannender wird das Thema Immobilienaktien nun aber mit den sogenannten REITs. Was genau das ist, schauen wir uns jetzt mal an. REIT steht für Real Estate Investment Trust. Zu gut Deutsch heißt das Treuhandgesellschaft für Immobilieninvestitionen. Das ist aber alles etwas hochgestochen. Kurz gesagt und einfach gesagt sind das Firmen, die in Immobilien investieren, aber ein paar spezielle Auflagen erfüllen müssen. Immobilienunternehmen wie zum Beispiel Vonovia, TLG-Mobilien oder die Deutsche Wohnen investieren zwar primär in Immobilien, sind aber zum Beispiel keine REITs. Da es REITs weltweit gibt, sind die Regeln, um so einen REIT-Status zu erhalten, je nach Land verschieden, sind aber jedoch sehr ähnlich aufgebaut. In Deutschland zum Beispiel gibt es nur eine Handvoll REITs. Wichtigste Vorgabe bei uns ist, dass mindestens 90% des Gewinns ausgeschüttet werden muss. Zudem darf die Verschuldungsquote bei maximal 55% liegen und mindestens 15% aller Aktien müssen im Streubesitz sein. In den USA muss man ebenfalls mindestens 90% des zu versteuernden Gewinns ausschütten. Mindestens 75% von allen Vermögenswerten einer Firma müssen im Bereich Immobilien gehalten werden. Bekannte REITs aus den USA wären zum Beispiel Realty Income oder Omega Healthcare. In Japan der Master Fund und in Singapur Maple Tree Logistics. Interessant ist auch, dass der Begriff Immobilie hier weit definiert ist. Es geht primär um nicht bewegbare Assets. Es gibt also auch REITs, die in Büros investieren, in Lagerhallen, in Krankenhäuser oder auch Infrastrukturprojekte wie Pipelines. Eine weitere Unterteilung bei REITs sind sogenannte Equity, also Eigenkapital-REITs und Mortgage-REITs. Mortgage-REITs investieren nicht in Immobilien direkt, sondern kaufen Hypotheken von Immobilien auf und verdienen dadurch die Zinsen Geld. Das ganze Thema REIT ist übrigens alles andere als exotisch oder nischig. In den USA zum Beispiel besitzen alleine über 150 Millionen Anleger in irgendeiner Form Anteile an einem REIT. Sei es durch eine Direktinvestition in eine Aktie, eine ETF oder andere Anlageformen. Spannend finde ich auch, dass REITs, obwohl sie so stark fokussiert auf Dividenden und Ausschüttungen sind, unter Betrachtung der Gesamtrendite, also Kursgewinne plus Ausschüttungen, auch über längere Zeiträume hinweg teilweise besser als der breite US-Aktienmarkt S&P 500 performt haben. Es herrscht aber auch nach wie vor das Risiko, dass es auch bei einem REIT mal nicht so gut laufen kann und der Gewinn geschmälert oder sogar komplett ausfällt, wenn zum Beispiel die Zinsen steigen oder sich das Marktumfeld ändert, Wo normale Aktien, die nichts mit Immobilien am Hut haben, ihre Dividenden kürzen können oder auch müssen, sind auch REITs nicht davon geschützt. Die Ausschüttungen sind also nicht immer garantiert und planbar. Eine Abhilfe schafft ja unser Freund Exchange Traded Fund, auch kurz ETF genannt. Durch einen REIT ETF streuen wir in breit gestreute Assets, also viele verschiedene REITs, Branchen, Geografien und nehmen Einzelrisikos von Titeln raus. Und zudem lässt sich das Ganze kostengünstig besparen ohne größeren Aufwand. Schauen wir uns also im nächsten Kapitel mal meine Top Real Estate Investment Trusts ETFs an. Die meisten davon schütten einmal im Quartal ihre Dividende aus, also viermal im Jahr. Es gibt aber einige Investoren, die von den Einnahmen leben wollen bzw. denen es wichtig ist, einen permanenten Zahlungseingang jeden Monat zu haben. Euch muss ich leider sagen, durch den Fokus auf ein einzelnes, monatliches ausschüttendes Produkt könnt ihr viel weniger aus den Produkten auswählen, die es gibt. Und die Gebühren sind oft viel höher. Ich sehe das als klaren Nachteil. Wem es nicht reicht, viermal im Jahr eine Auszahlung zu erhalten, kann ja einfach mehrere Quartals ausschüttende ETFs kombinieren. Kommen wir zu meiner vorselektierten Liste an ETFs im Bereich REITs. Wie ich auf diese Liste gekommen bin? Naja, mehr oder weniger habe ich ein paar Stunden lang das Internet durchforstet und alle möglichen Quellen zusammengefasst. Und alle möglichen ETF-Anbieter, die es so gibt, abgegrast. Schauen wir uns mal die globalen REIT ETFs an. Hier gibt es gar nicht mal so viele, die wirklich weltweit agieren und vom investierten Kapital eine solide Größe aufweisen. Was hier besonders auffällt, es gibt zwar andere Namen und Anbieter, aber es wird fast immer derselbe Referenzindex genutzt. Der FTSE, APRA, NA REIT hat sich im Bereich REITs als sowas wie der Goldstandard bewiesen. Die European Public Real Estate Association ist ein Verband, der börsennotierte Immobilienunternehmen in Europa vertritt. Und die NA REIT ist die National Association of Real Estate Investment Trusts und ist ein US-amerikanischer Verband, der eben die REITs dort vertritt. FTSE Russell ist eine alte bekannte Größe im ETF-Bereich, und zwar eine Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, die vor allem Börsenindizes erstellt. Alle drei Organisationen haben sich dann zusammengetan und diese REIT-Index-Familie aufgesetzt. Nicht alle Titel im Index sind übrigens REITs, weil man ja weltweit anlegen möchte und in manchen Ländern das Konstrukt REIT einfach so in der Form noch nicht existiert. Man sollte die Indizes also primär erstmal als Immobilienaktienindizes sehen. Bevor wir tiefer in die Analyse eintauchen, kann ich persönlich von vornherein schon ein paar ausschließen. Dafür addiere ich mal Informationen zum Fondsvolumen in Euro, der TER, Total Expense Ratio, der Replikationsmethode und wie oft der ETF ausschüttet. Alle globalen Indizes, die hohe Gebühren aufweisen, kicke ich raus. Gebühren fressen langfristig die Rendite und können vermieden werden. Der letzte hat zwar auch fast 0,6%, der fokust aber auf sehr spezielle Titel aus Asien, ist es aber zumindest wert, sich das Ganze mal anzusehen. Zwei der ETFs sind vom Volumen mit um die 100 Millionen für mich zu klein, beziehungsweise gerade an der Grenze. Generell gilt, je größer ein ETF vom Investitionsvolumen ist, desto besser. Alle, die übrig bleiben, schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir mit dem HSBC FTSE APRA and a Redeveloped Usage ETF. Der ETF bietet einen Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern der ganzen Welt. Mit 591 Millionen Euro angelegtem Geld ist das Produkt unter den größten, die es auf dem Markt gibt. Daumen hoch also an dieser Stelle. Die Anzahl der Titel im ETF ist mit 359 auch breit aufgestellt und ausreichend diversifiziert. Ähnlich wie bei einem weltweiten Aktienindex ist hier auch logischerweise die USA stark vertreten. Mit etwa 10% dicht gefolgt von Japan, dann auch Hongkong und Singapur. Die Top 10 Titel machen in Summe 27% aus, was da schon relativ hoch ist, aber für mich immer noch im akzeptablen Bereich. Prologis investiert in Logistikimmobilien, Equinix in Daten- und Serverzentren, Welltower in Funkmasten, Vici in Casinos. Also man sieht, sehr divers aufgestellt. Die Total Expense Ratio TR ist mit 0,24% sehr gering und in meinen Augen ein Top-Wert. Für den für 2023 prognostizierten Gewinn der Unternehmen kommt man auf eine Ausschüttungsrendite von ungefähr 4,1% beim aktuellen Kurs, was wirklich hoch ist. Ausschütten tut der ETF übrigens viermal im Jahr und zwar im Januar, April, Juli und Oktober. Damit man sich die Größenordnungen, die man an Investments braucht, um sich ein nettes Nebeneinkommen aufzubauen, vorstellen kann, habe ich mal diese Grafik hier berechnet. Das sind alles Nettozahlen pro Monat. Also die Kapitalertragssteuer wurde bereits abgezogen. Bei einem ETF mit 3 bis 3,5% Ausschüttungsrendite bekommen wir also bei einem 100.000 Euro Investment 203 Euro pro Monat an passiven Dividendenausschüttungen auf unser Konto. Bei 4 bis 4,5% Ausschüttungsrendite und 500.000 Euro bekommen wir bereits 1.328 Euro netto auf unser Konto. Und so weiter. Vergleichen kann man das ja jetzt gut mit einer eigenen Wohnung. Wenn ich 250.000 Euro in eine Wohnung investiere und dann vermiete, wie viel der Mieter bleibt nach Abzug von allen Kosten und Steuern am Ende über. Versus wie viel Dividende würde ich hierfür anfallen. Und dafür habe ich eine breit gestreute Risikostreuung und ohne größeren Aufwand. Das muss man dann einfach für sich persönlich abschätzen, was besser ist. Der nächste ETF ist der FANEC Global Real Estate Usage ETF. Dieser ETF bildet den Index GPR Global 100 ab und dieser investiert in Aktien der Immobilienbranche mit einer weltweiten Diversifikation. Die Aktien werden hierbei nach Liquidität, Größe und Region ausgewählt. Es befinden sich gute 230 Millionen Euro im ETF, was jetzt nicht übertrieben viel ist, aber dennoch im guten Mittelfeld angesiedelt und keinesfalls zu klein. Wie die 100 im Indexnamen schon sagen, peilt man ungefähr an, 100 Titel abzubilden. Das ist immer noch ausreichend diversifiziert von der Anzahl her, wobei mehr natürlich besser wäre. Auch hier haben wir wieder einen starken Fokus auf die USA, gefolgt von Japan, Australien, UK und so weiter. Die Top 10 machen hier logischerweise, weil wir auch nur um die 100 Titel haben, auch einen höheren Anteil aus, nämlich 34%. Das ist mir persönlich schon etwas zu viel Klumpenrisiko, vor allem da wir mit über 10% prologisch schon eine Abhängigkeit von einem einzigen Titel haben. Die TER ist mit 0,25% dafür wieder im grünen Rahmen. Die Ausschüttungsrendite ist mit 4,5% natürlich nochmal einen Ticken höher als bei unserem ersten ETF. Man muss sich aber bewusst sein, dass man dafür Diversifizierungseinbußen in Kauf nehmen muss. Der nächste ETF hat einen Fokus auf Europa. Es handelt sich um den iShares European Property ETF. Dieser nimmt auch den APRA NA-REIT-Index, jedoch eine Unterart, der nur Titel aufnimmt, die mindestens 2% Dividendenrendite für das laufende Jahr ausweisen. Mit knapp 1 Mrd. Euro Investmentvolumen ist der ETF ein wahres Schwergewicht. Man hat insgesamt 62 Titel im Portfolio, was ebenfalls sehr wenig für einen ETF ist, muss ich sagen. Dafür sind hier die Länder etwas breiter aufgestellt. Logischerweise, weil ja auch der große USA-Fokus fehlt. Neben Deutschland ist hier Frankreich, Schweden und die Schweiz hoch im Kurs. Mit knapp 16% hat Vonovia hier den ersten Platz und die Top 10 machen über 50% aus. Puh, da stellt sich die Frage, ob man nicht gleich einzelne Aktien kaufen kann, ohne ein ETF überhaupt nutzen zu müssen. Die TER mit 0,4% ist dafür auch eher höher. Für was bezahlt man hier? Die Ausschüttungsrendite ist mit 3,85% auch hoch, jedoch deutlich niedriger als bei den zwei anderen globalen ETFs. Den folgenden ETF finde ich besonders spannend. Es handelt sich um den iShares Asia Property ETF. Der Index trackt Unternehmen, die in Länder Asiens angesiedelt sind und eine prognostizierte Dividende von mindestens 2% aufweisen. Mit 380 Millionen Euro Fondsvolumen hat er eine ordentliche Größe und ist mit 132 Titeln ausreichend diversifiziert. Den größten Anteil hat Japan mit 42%, dicht gefolgt von Hongkong mit 20% und Singapur mit ebenfalls knapp unter 20%. Die Top 10 haben zwar ein Gesamtgewicht von knapp 30%, dafür gibt es aber keinen einzigen Titel, der extrem heraussticht. Bei den Titeln sind die dicksten Fische aus Asien mit dabei, die primär in Wohnungen investieren, aber auch Parkhäuser und Gewerbeflächen sind mit dabei. Die TER ist mit 0,59% ziemlich hoch. Dafür muss man sagen, dass man ohne diesen ETF wahrscheinlich nicht an so eine asienlastige Allocation kommen würde. Ausschüttungsrendite ist mit 2,8% zwar nicht schlecht, aber auch nicht besonders hoch, vor allem auch im Vergleich mit den globalen REIT ETFs vom Anfang. Mein Fazit ist also, wirklich breit aufgestellt mit großem Volumen und niedrigen Gebühren ist eigentlich nur Nummer 2 hier. Hier passt wirklich alles meiner Meinung nach. Den Asien ETF finde ich wegen der geografischen Fokussierung spannend, jedoch ist er ziemlich teuer. Ich finde es aber eigentlich gut, dass mehr oder weniger nur ein ETF für mich wirklich interessant ist. So gibt es nicht diese typische Qual der Wahl und bedenken, ob nicht ein anderer ETF doch besser gewesen wäre. Eine Mischung, wenn man zum Beispiel noch einen Teil 30% Asien mit reinnimmt, könnte man auch überlegen. Kommen wir nun nochmal zu den Vor- und Nachteilen von solchen REIT ETFs. Vorteil Nummer 1 ist ganz klar die Motivation, die so eine regelmäßige und starke Ausschüttung emotional hat. 4,2% aufs Jahr gesehen und einmal pro Quartal ausgeschüttet erzeugt schon einen echt netten Einkommensstrom. Man muss hierbei aber beachten, Dividendenrendite ist nicht die einzige Rendite, die mich interessiert als Investor. Es bringt mir ja nichts, eine hohe Dividende einzufahren, wenn dafür der Kurs jedes Jahr um 20% abfällt. Also immer schauen, dass die Summe aus Rendite vom Kursverlauf und der Rendite aus Dividenden das höchste Ergebnis mitbringt. Bei REITs generell ist es aber ja so, dass sie zumindest historisch gesehen besser gelaufen sind als der breite Aktienmarkt. Ich würde also nicht pauschal annehmen, dass nur wenn man auf hohe Ausschüttungen setzt, großartig riskiert wesentlich schlechter als der breite Weltmarkt zu laufen. Ein weiterer Vorteil von solchen Immobilienaktien ETFs ist die leichte Handhabung, die das Investment mit sich bringt. Ein Knopfdruck und fertig. Vor allem für Leute, die sich durch Dividenden eine Art Nebeneinkommen für die Rente aufbauen wollen, ist das viel pflegeleichter als eine klassische eigene Immobilie zu besitzen und zu vermieten. Und zudem haben wir hierbei ja auch kein Klumpenrisiko, wie bei so einer einzelnen Wohnung. Bei 500.000 Wohnungen, 20.000 Shoppingmalls und 1.000 Krankenhäusern, aufgeteilt auf 300 verschiedene REIT-Unternehmen im Immobilienbereich, ist die Risikostreuung enorm stark. Wer jetzt übrigens denkt, hey, Immobilien-REITs sind ja super interessant, bisher habe ich da aber noch gar nichts gemacht in diese Richtung. Aufpassen, die REITs sind ja bereits Bestandteil von einem breiten Aktienportfolio wie dem MSCI World. Heißt, wer zusätzlich REITs bespart, gewichtet diese on top dazu, zu den aktuell ungefähr 3%, wie man sie schon im MSCI World vorfindet. Ein Nachteil, der aktuell auch wieder vermehrt in aller Munde ist, ist das Zinsniveau. Wenn die Zinsen steigen, haben es Immobilienfirma tendenziell eher schwerer. So zumindest der generelle Konsens. Hier muss man aber sagen, dass die REITs aktuell die geringste Verschuldungsquote haben seit über 10 Jahren und das Datum, wo die Schulden anfallen, auf einem Rekordhoch in der Zukunft ist. Heißt zumindest aktuell sind die REITs gegen die Zinswende gut gewappnet. Zudem hat man hier in hellblau gezeigt die letzten Jahre noch rekordtiefe Zinsen ins Boot geholt und gesichert, von denen man nun erstmal die nächste Zeit noch profitieren wird. Denn wie hier die dunkelblaue Linie zeigt, der Großteil der langlaufenden Kredite, um die Immobilien zu finanzieren, haben einen fixierten Zinssatz. Das heißt, die Zinserhöhung greift nicht direkt durch, sondern erst bei einer Refinanzierung. Ich hoffe, das Video über REIT ETFs hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär Ich hoffe, das Video über 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 das Video